Grüezi miteinander. Jetzt ist es also soweit. Genau eine Woche geht es noch, bis meine erste Single rauskommt. Und nach dem Single geht es dann noch genau einen Monat, bis dann nachher die Debut-EP rauskommt. Ich habe euch versprochen, dass ich diese Woche erzähle, wie das Projekt heisst, wie es aussieht und wer das da alles, seine goldigen Finger und Stimmbänder, mit im Spiel gehabt haben. Wir fangen mal an mit dem Layout und mit dem Titel. Das Projekt heisst Linter. Linter springt dann am Fuss des Dödi, am südlichen Kanto Glaris, fliesst dann nachher durch das Glarnerland, geht nachher in den Wallensee, dann nachher vom Wallensee in die Zürichsee und von dort aus dann als Limit und als andere Flüsse weiter bis dann nachher ins Meer. Und genau so soll eben auch die Musik sein von Linter. Musik, die die Wurzeln im Glarnerland hat, aber raus fliesst in die ganze Schweiz und in die ganze Welt. Wir haben darum als Logo eben auch etwas gesucht, das die Wurzeln des Projekts Linter repräsentiert. Ober rechts eine stilisierte Form des Dödi, dem markanten Berg in Glaris Süd. Und unten seht ihr eben die Wellen dieser Linter. Und dann haben wir uns eben für erdige Brunten entschieden, weil eben auch das ganze Projekt Linter echt authentisch und in einem gewissen Sinn halt eben auch wirklich handgemacht soll, überein kommen. Musik 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 Musik